Kamera wackelt, Kamera steh. Hey Leute herzlich willkommen zu meinem neuen Video, lange ist kein Video mehr gekommen. Heute wollte ich euch mitnehmen um eine neue Drohne zu testen, den Mavic Zoom und ich würde gar nicht sagen wir schnacken jetzt viel rum. Wir machen uns auf den Weg nach Schloss Grafenthal und ab die Post. So, da bin ich draußen. Warum bin ich auf die Mavic 2 Zoom umgestiegen? Das ist eine Phantom 4 und der einzig Grund war eigentlich, ich kann sie zusammenklappen. Ich kann sie in meinen Rucksack packen, halt die Kameratasche noch zusätzlich und für die Phantom 4 hatte ich halt immer diese übergroße Extratasche. Ja, da konnte man nicht mal eben irgendwo spontan mit der Drohne hin, so wie heute. Jetzt mal so einen kleinen See aus im Grafenthal. Also ihr könnt gleich die Aufnahmen dann sehen. und dann war es auch noch ein paar Mal wieder. And you're beating, beating on my drum And you're beating, beating on my door Running faster, faster than my dreams And I can't stop to breathe One last lie before the truth One last fight before I lose I ask myself where should I go Did I do enough to feed my soul So, was waren schon die kurzen Aufnahmen mit Ronski, so wie ich sie immer getauft hab Leider waren wieder alte Leute da Die berühmt-berichtigen Mecker-Omas Die darf man nicht fliegen, das ist nicht erlaubt Ich hab mich ja nicht vorher erkundigt, wo ich fliegen darf und nicht Naja, das ist immer so ein bisschen das Negative beim Drohnen fliegen Wenn man Aufnahmen macht und so Hier in Deutschland, da sind die, ja, die deutschen Meckerer Sollen wir machen In Holland sind die Leute von Off-Warner Die kommen dann auch, was weiß ich, die kommen dann mal gucken und fragen Ey, cool, was machst du da? Ja, gucken sich die Aufnahmen an und freuen sich da auch dran Und die Deutschen, ja, sagt da nichts mehr zu Also ich bin eigentlich mit der Drohne zufrieden Klar, Drohne ist immer laut, besonders beim Start Aber sonst, ja, ein paar Futures muss ich noch ausprobieren Da bin ich natürlich nicht zugekommen, so kreisen und so ging nicht Stand halt immer so nicht rum Immer doof Aber die werde ich noch machen und die werdet ihr noch sehen Auf jeden Fall Wenn euch das Video gefallen hat Dann abonniert meinen Kanal Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, okay? Bis dann! Und jetzt ein Dank! Auf jeden Fall! Wir sehen uns jetzt! Wir sehen uns dann nach dem Video zum Video! Wir sehen uns dann! Wir sehen uns jetzt! Vielen Dank.